Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Guild Wars 2 Geheimnisse Tyrias. Es ist endlich mal wieder Zeit für eine Episode und zwar will ich euch heute einen geheimen Erdbeer-Garten zeigen. Das möchte ich aus mehreren Gründen. Erstens könnt ihr da ziemlich viele Erdbeeren farmen, beziehungsweise abbauen. Und zweitens sieht auch das Gebiet, wo sich die Erdbeeren befinden, ziemlich schön aus. Und darum bietet sich das an, das mal zu zeigen. Das Gebiet selbst, wo wir hin müssen, ist das Diessa-Plateau. Das ist das Gebiet direkt nördlich der Schwarzen Zitadelle, also der Cha-Hauptstadt. Und dann ganz unten links im Südwesten in der Ecke. Ihr könnt, wenn ihr in der Schwarzen Zitadelle seid, einfach hier. An dieser Stelle ist ein Portal, könnt ihr raus, dann kommt ihr hier hin, an diese Stelle. Und dann lauft ihr einfach hier an meine Position, hier wo Stadt Nolan steht, auf diesen großen Platz. Orientierungspunkt ist hier dieser kleine Brunnen. Und dann geht's los, noch weiter Richtung Westen, zu diesem Vista, was ihr hier unten auch auf der Karte seht. Da wollen wir hin. Das ist so unsere Startposition, da sehen wir es auch schon. Und wir können jetzt hier auf der Karte auch schon dieses Erdbeerbeet oder diesen Erdbeergarten sehen. Da seht ihr es hier unten auf der Minikarte unten rechts. Und darum ist dieses Geheimnis auch eigentlich gar kein so großes Geheimnis für die meisten Leute. Denn die meisten, die hier waren und die Karte abgeschlossen haben und somit auch zu diesem Vista gekommen sind, werden wahrscheinlich dieses Erdbeerbeet hier unten auf der Karte gesehen haben. Allerdings wissen nur die wenigsten, wie man da tatsächlich hinkommt. Denn auch wenn man das hier sieht, sieht man trotzdem keinen Weg, wie man da hinkommen könnte. Ihr seht, hier ist massiver Stein. Und es gibt auch keinen normalen Weg, da hinzukommen. Das heißt, es ist wirklich ein Geheimnis und man muss einen kleinen Geheimgang nehmen und finden, um da überhaupt hinzukommen. Den werde ich euch jetzt zeigen. Also wir starten von diesem Vista aus, gehen jetzt hier weiter nach rechts, also weiter nach Westen im Prinzip. Hier über diese grünen, moosbewachsenen Steine und springen hier hoch. Hier, das ist ziemlich schwer zu finden. Da bin ich auch ewig dran vorbeigelaufen, als ich das hier gesucht habe. Dann geht es wieder in die andere Richtung hier hoch. Dieser Sprung hier ist ein bisschen blöd, aber auch schaffbar. Wieder umdrehen hier rüber und dann hier in dieses zugewachsene Rohr rein. Das ist der Geheimweg hier durch dieses Rohr. Hier sieht man dann auch ein paar Kerzen. Und dann geht es hier einfach durch und dann kommen wir nämlich in dieses geheime Gebiet. Und jetzt könnt ihr euch mal hier die Ansicht genießen, denn das sieht hier echt schön aus mit den Bäumen, mit diesem Blätterdach und wie die Sonne da so reinscheint. Und so eine Mischung aus alles Natur bewachsen und andererseits auch alte Maschinerie, der Char, die nicht mehr benutzt wird und so. Eigentlich ziemlich cool. Also ich mag es hier wirklich gerne. Ich gehe hier oft auch einfach mal hin, einfach weil es hier so schön ist, unabhängig von den Erdbeeren. Und dann können wir hier hochklettern. Einmal außenrum. Hier ist noch so ein kleiner Teich. Da können wir durch. Und dann können wir hier an dieser Stelle, können wir hoch, finden hier ein kleines Char-Mädchen namens Anja und hier ihr Erdbeerbeet. Wenn wir sie ansprechen, sagt sie, das ist hier ihr geheimes Erdbeerbeet und wir sollen bitte niemandem Bescheid sagen. Aber wir dürfen uns ruhig so viele Erdbeeren nehmen, wie wir wollen. Insgesamt gibt es hier acht Erdbeerbeete abzubauen und hier habe ich einen kleinen Tipp für euch, der generell für alle abbaubaren Gärten zählt. Immer wieder werdet ihr im Spiel solche Plantagen finden, wo es von einer bestimmten Art Abbaumaterial ganz viel gibt. Und da gibt es nämlich eine Regel in Guild Wars. Und zwar bestehen die immer aus acht von diesen Beeten, egal was es ist, und das Spiel lässt euch auch nur insgesamt acht verschiedene Sachen abbauen. Ist jetzt natürlich blöd, dass es so eine Regelung gibt, dass man nur insgesamt acht mal abbauen darf, wenn es eh immer nur acht gibt. Aber da gibt es einen Trick, wie man sich da nämlich einiges verbauen kann. Und zwar kann es ja mal passieren, dass ihr ein und dasselbe Beet mehrmals abbauen könnt. Da hat man eine gewisse Chance zu, wie genau sich das errechnet und warum man manchmal zwei- oder dreimal abbauen kann, weiß ich nicht. Aber manchmal kann man zweimal abbauen. Allerdings zählt das Spiel mit, wie viele verschiedene Beete ihr abgebaut habt. Und weil es halt die Begrenzung gibt, dass man in so einer Plantage maximal acht verschiedene Beete abbauen darf, sperrt das Spiel automatisch danach alle Beete, die noch nicht abgebaut sind, wenn ihr acht verschiedene Beete abgebaut habt. Darum ist es wichtig, dass wenn ein Beet mehrmals abbaubar ist, dass ihr immer erst ein Beet komplett fertig macht. Das Spiel zählt nämlich nicht, wie oft ihr insgesamt abgebaut habt, sondern wie viele verschiedene Beete ihr abgebaut habt. Das heißt, ihr könntet hier auch ein und dasselbe Beet, wenn es gehen würde, theoretisch zwölfmal oder zwanzigmal abbauen, denn das Spiel guckt nur, wie viele verschiedene Beete ihr abgebaut habt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier zwei Beete habt, die ihr doppelt abbauen könntet, aber ihr baut jetzt hier acht verschiedene Beete ab, dann merkt das Spiel, aha, er hat acht verschiedene Beete abgebaut und sperrt euch alle anderen Beete, die dann noch übrig sind, die ihr zweimal abbauen könntet. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Ja, seht ihr, das kann ich jetzt zweimal abbauen. Und jetzt zeige ich euch das mal. Das untere wäre jetzt also zweimal abbaubar. Jetzt werde ich noch das siebte Beet machen. So, das siebte abgebaut. Und jetzt das achte. Und dann werdet ihr sehen, zack, das Spiel sperrt mir automatisch wieder das eine Beet, was ich hier doppelt hätte abbauen können. Weil es halt automatisch mitzählt, dass man nur acht verschiedene abbauen darf und dann alle sperrt. Hätte ich jetzt aber erst dieses Beet fertig gemacht, also das noch abgebaut, dann hätte ich auch noch die anderen beiden abbauen können, weil es halt nur um die verschiedenen geht und nicht, wie oft ihr insgesamt abgebaut habt. Naja, nur das als kleiner Tipp außerhalb von diesem Geheimnis, was ich euch eigentlich zeigen wollte. So ist es halt bei allen von diesen Plantagen, die ihr finden könntet. Ich will jetzt aber das Video auch nicht ewig lang in die Länge ziehen. Nur als kleiner Hinweis, dass euch das in Zukunft nicht passiert, so wie mir jetzt, dass ich dieses eine Beet halt nicht zweimal abbauen konnte. Naja, ich verabschiede mich auf jeden Fall mit diesen Worten und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao Leute. Ciao Leute.